Hallo liebe Eisbären-Fans und ganz herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe der Eisbären-Berlin-Kiez-Tour durch unsere Hauptstadt. Wer an Berlin denkt, der denkt ganz häufig an Brandenburger Tor, Berliner Mauer, Reichstag, Rotes Rathaus oder Mercedes-Benz Arena. Aber Berlin hat so viel mehr zu bieten. Wir haben euch aufgerufen, uns euren Kiez zu zeigen. Wo wohnt ihr, wo lebt ihr, wo habt ihr Spaß, wo entspannt ihr? Und wir haben dutzende, dutzende Einsendungen bekommen und da haben wir uns ein paar Kandidaten rausgesucht, die wir besuchen wollen. Heute treffen wir Marielle und wir freuen uns extrem, dass sie uns ihren Bezirk gleich zeigen wird. Das machen wir aber nicht alleine. Ich hole mir noch ein bisschen tatkräftige Unterstützung. Unsere Nummer 4, Morgan Ellis, wird mit dabei sein. Wir freuen uns auf einen tollen Tag mit ihm und jetzt holen wir den ersten ab. Wir gehen zu Marielle. Sie ist in Britsch, ich würde gerne die Callen her erstellen, weil sie nicht wissen, dass Sie da sind. So vielleicht ich bitte, und Sie sprechen mit ihr? Ja, das ist gut. Hallo? Hey, Marielle, es ist Morgan Ellis. Hallo! Hallo! Wir haben gehört Britsch, eine schöne Ort, und wir werden da in etwa 30 Minuten. Hallo, ich bin Marielle, und wir zeigen euch heute das Beverly Hills von Neukölln. Es gibt viele schöne Sachen zu erleben, und die zeigen wir euch jetzt. Hi, ich bin Felix, und ich stand bei unserem Bewerbungsvideo hinter der Kamera von Marielle. Heute zeige ich euch mit Marielle zusammen das Beverly Hills von Neukölln. Oh, es ist never too late to learn how to swim. Ja. Basketball feels. Ja. 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 Ich bin jetzt einfach nur da. Ich bin jetzt da. Ja. 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 Ja, ihr habt ihr hier gewartet? Ja. In der Programm und dann... Ich bin seit 18 Jahren. Oh, wow. Oh. Und ich bin seit 13 Jahren gerade jetzt. Okay. Ja, ja. Und hier. Und wir sind jetzt in der Hubeisensiedlung. Es war von Brunotausch. Es ist ein Architekt. Es wurde zwischen 1922 und 1933. Es ist ein Social Housing Settlement. Das war einer der ersten Projekte mit Social Housing. Sie sagten, dass sie eine Chance haben, ihre eigene Umgebung in einem schönen Ort. Es ist ein UNESCO World Heritage Site seit 2008. Das ist ein cooler Ort. Das ist ein großer Ort. Und es gibt viele Musik-Events von Schulen. Die Gebäude sind schön und alt. Viele Geschichte. Die Kastel ist eine alte Manor-Haus in der historischen Manor-Haus-Village von Brütz. Heute ist es die Kultursstiftung der Schloss Brütz. Die Räume sind aus dem 19th-Centur. Es ist ein Museum. Es ist ein Haus für 50 Jahre. Es ist ein Haus für 50 Jahre. Es ist ein Haus für die Räume. Es ist ein Haus für die Räume. Und man kann dort finden, wo man dort leben kann. Und man kann dort leben. Und man kann dort leben. Es ist ein Haus für die Räume. Was hat die Räume für die Räume für die Räume für die Räume? Ja, viele viele Proud-Momenten zu sehen. Ich bin froh, die Räume für 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 die Räume. Und natürlich, dass es die Räume für 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 die Räume. Wir haben hier ein wenig Fahnen. Aber man hat auch ein wenig Fahnen. Und man hat das auch, dass man das sehr gut macht. Man kann auch einfach nicht enthalten. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 15. 25. 20. 22. 23. 26. heute. Sie benutzen es jeden Tag und Sie können mit ihnen joinen und Sie können mit dem Tours Sie wollen auch die Leute closer zu der Kraft bringen, weil ich glaube, es ist nicht so eine große Sache. Menschen machen nicht ihre eigenen Bräden. Ich weiß, dass ich nicht meine eigenen Bräden mache. Ja, first off we'd just like to thank you guys for taking us around Brits, also known as the Beverly Hills of Neukölln. It was a lot of fun to see some areas and stuff that we, or me personally, would have probably never got the chance to see. So I'll definitely be bringing my family and my two boys back to maybe learn how to swim. So, yeah, I'd just like to thank you very much for taking your time and showing us around. And make sure you guys get your requests in soon, because the next Keats Tour is going to be happening real quick. So, maybe we'll see you around. Ja, also, es hat richtig Spaß gemacht. Ich hoffe natürlich, dass ihr auch bald dabei sein könnt. Besucht uns gerne auch in Brits. Ihr könnt alle gerne vorbeikommen und euch selber die schönen Sachen hier angucken. Es war wirklich toll. Auch mit dir morgen, Alice. Hat mich sehr gefreut. Ja, auch von mir vielen lieben Dank, dass ihr heute hier wart. Es war wirklich ein cooler Tag mit morgen und dem Team von den Eisbären. Ich wünsche euch jetzt hier noch einen schönen Tag. Bis dahin wünschen wir euch den Eisbären viel Glück für die nächste Saison. Morgen, Alice, viel Glück für die nächste Saison. Eine hoffentlich schmerzfreie Saison mit vielen Glücksmomenten. Wir sehen uns! Bis dann.